Ich begrüße euch heute aus einem schönen, becremen Sessel, weil ein schöner Sessel, der hat verschiedene Funktionen und spielt bei der Einrichtung auch eine Rolle. Als Lesesessel mit einer kleinen Espressotasse oder einem Prosecco, wahlweise hat man so seinen kleinen, gemütlichen Platz. Und das ist ein Hersteller aus Spanien, der also sich dadurch auszeichnet, dass er eigene Stoffe produzieren lässt von einem Designatelier. Hier ein bisschen florale Motive, aber wir können natürlich auch genauso schöne Sessel raussuchen, Chesterfield-Look im dunklen Leder, sodass also für jeden etwas dabei ist. Wenn ihr einen gemütlichen Platz zu Hause sucht, als Lounge-Sessel, zum Lesen oder zum Kaffee trinken, sagt Bescheid. Bei uns finden wir das passende Modell. Ja, ich